Also mein Name ist Jan Gröpper, ich bin der Skipper und der Eigner von der Night Fever. Wir segeln das Boot schon seit vielen Jahren zusammen. Die Crew besteht im Kern eigentlich seit über zehn Jahren. Das beste Training für Regatten ist ganz viel Regatten zu segeln und das machen wir jede Woche und zwar die Mittwochabendregatte. Das haben wir letzten Mittwoch auch noch mal gemacht. Da wollten wir eigentlich noch ein bisschen mehr trainieren, hatten aber sehr, sehr schwierige Windbedingungen. Also geplant ist das Programm Up and Down. Das sind Kurzwettfahrten. Davon sind drei am Samstag und zwei am Sonntag geplant. Wir haben sehr gute Bedingungen angesagt bekommen. Gutes Wetter, zehn, 15 Knoten Wind ist für uns gut. Wir brauchen ein bisschen mehr Wind, weil das Schiff relativ schwer ist und wenn wir leichte Winde haben, dann sind wir gegenüber den leichteren Schiffen etwas benachteiligt und bei stärkeren Winden sind wir etwas im Vorteil und insofern sind das für uns sehr gute Bedingungen.